Hallo, liebe ITFS-Fans! Animations... Scheiße, nein, nicht Animation, sondern Animation. Hallo, liebe ITFS-Fans! Animations-Film-Freunde! Das war gut. Der war gut. Ja, Bernd, ich glaub, ich glaub, bist du jetzt auch böse, wenn ich sag, dass das mit der Sau ein bisschen komisch ist. Hab ich mir auch gedacht. Der Internationale sprechen. Mit vielen Gästen. Der Martin Nail und dem Axel Prahn. Und auch dem Heino Ferch. Und jetzt kommt auch der David Silver. Letter weiß ich nicht mehr genau. Spitze? Äh, Bernd, wieso? Machen wir das? Das mit der Puppe ist doch irgendwie, weißt du, das ist so Muppet-Show-mäßig. Wirklich? Aber was? Im Renitenz-Theater. Stuttgart. Ja, schmeiß es doch nochmal um. Ich brauche eine Sekunde. Die Verleihung des Animations-Sprecherpreises auf dem Internationalen Trickfilm-Festival am 26. April 2018. im Renitenz-Theater in Stuttgart. Und ich bin die Trophäe und ich komme an dem Abend auch. Und ich bin die Trophäe.